Spreng mal da rein Stell dir vor, ein Mitarbeiter muss hier so die Glühbirne wechseln Peter, du schaffst es schon allein, gell? Ich geh mal in die Pause Na, trrrrm, weg Das kann man doch simulieren Ja, ja, gut, super Ich bin der Peter, ich wechsle die Glühbirne, gell? Weg